Hallo und Servus aus dem Carp Hunter & Co-Shop. Seit Jahren haben wir uns wieder mal entschlossen, dass wir auf einer Messe sind und zwar auf der Spirit of Fishing in Wiener Neustadt. Wir freuen uns wirklich, dass wir wieder mal eine Messe machen und einen Teil unseres Geschäftes euch live präsentieren können. Diesmal haben wir wirklich einen tollen Stand, so wie ich meine. 150 m² mit Video Walls und einer wirklich tollen technischen Ausstattung. Bei uns sehr viele bekannte Angler, Mike Büker, Marc Bergmann, Adi Wellcome und das Watercraft Team. Wir sind dort auch mit Free Spirit, mit Geoff Andersen, der Motte von Wellspot.at, der Matthias Stefan, der Richard Vodermeyer und der Johann Trottbacher von Black Hat und Wellspot sind auch von Ort, die euch das ganze erklären, was da am Boot mit Wellspot passiert. Unser Freund, der Gottfried Högl, der wird euch Webfishing präsentieren, das Gewässerportal, was wir selber haben und wo wir auch einige Touren im Jahr machen. Dann Cubs Kitchen, Willi Eibel, zeigt das erste Mal auf einer Messe auch seine Produkte. Dann Jochimarin, toller slowakischer Hersteller, das wird direkt die ganzen Schlauchboote, was die machen, werden in der Slowakei auch produziert. Top-Qualität, Katamaranboote, auch perfekt für Angler, die vom Boot aus angeln wollen. Ja, was gibt's noch? Wir haben natürlich unser komplettes Kassasystem vor Ort, ihr könnt dann mit allen Karten bezahlen. Theoretisch, wenn ihr was Größeres kauft, könnt ihr sogar eine Finanzierung vor Ort machen, wo ihr keine Zinsen zahlt. Also, es passiert da wirklich sehr viel mit Video-Walls-Workshops. Besucht die Messe, kommt zu Spirit of Fishing nach Wiener Neustadt, 18. und 19. November. Wir freuen uns sehr, kommt zu uns. Baba, grüß euch! . . Untertitelung des ZDF, 2020